fünf wichtige Änderungen für Rentner im Dezember 2022. Mein Name ist Peter Knüppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Vieles ist im Jahr 2022 in Sachen Rente schon gelaufen. Ja, wir hatten zum Beispiel die Rentenerhöhung zum 1.7.2022, die ja doch schon sehr, sehr groß war und einiges anderes auch. Einiges Neues wird aber noch auf Millionen Rentnerinnen und Rentner im Dezember 2022 warten. Unter anderem doch viele Entlastungen. Und wir haben mal in diesem Video für Sie die fünf wichtigsten Entlastungen aus unserem Sicht mal zusammengetragen, die ab dem Dezember 2022 für Rentnerinnen und Rentner zutreffen können. Erstens, der freiwillige Mindestbeitrag für das Jahr 2022 kostet noch bis zum 31.12. wenn man den monatlich bezahlt, 83,70 Euro. Ab Januar 2023 liegt dieser Betrag schon bei ca. 97 Euro. Das heißt also fast 14 Euro mehr, die Sie da zahlen müssen an freiwilligen Mindestbeitrag. Wer also noch für das Jahr 2022 Lücken im Versicherungskonto schließen möchte oder was für die Wartezeit seiner Rente tun möchte, der sollte bis zum 31.12.2022 handeln und doch lieber 83,70 Euro zahlen als dann ab dem 1. Januar 2023 97 Euro. Wer bis zum 31.03.2023 rückwirkend für das Jahr 2022 freiwillige Beiträge noch einzahlen möchte, das ist rechtlich möglich, der muss schon in den sauren Apfel beißen und die 97 Euro zahlen. Zweitens, wer noch im Dezember 2022 eine Rente beantragt, kann auch etwas an Steuern sparen. Bei Rentenbeginn 1.12.2022 haben Sie einen besteuerungsfreien Anteil an der Rente von 18%. Wenn aber Ihre Rente zum 1. Januar 2023 beginnt, sind es nur noch 17% besteuerungsfreier Anteil. Das ergibt sich aus den aktuellen Tabellenwerten des § 22 Einkommenssteuergesetz. Nach den geplanten Änderungen im Steuerrecht für das Jahr 2023 dürfte aber der Besteuerungsanteil dann bei Rentenbeginn 2023 nicht bei 17% liegen, sondern bei 17,5%. Weil die Doppelbesteuerungsurteile des Bundesfinanzhofs im Jahr 2021 dazu geführt haben, dass das Ende des Besteuerungsanteils 100% im Jahr 2040 auf das Jahr 2060 gestreckt wird. Allgemein kann man sagen, dass Rentner mit Rentenbeginn 2022 weniger an Steuern zahlen müssen als Rentner mit Beginn 2023. Drittens erwirtschaften Sie doch einfach ein doppeltes Einkommen im Dezember 2022. Rentner können neben der Rente noch bis zum 31.12.2022 anrechnungsfrei 46.060 Euro dazu verdienen. Wer also im Dezember 2022 noch als Rentner einen Job aufnimmt oder dessen Rente ab dem 1.12.2022 begonnen hat oder beginnt und bis Ende Dezember 2022 weiterarbeitet, kann sich dann über zwei Einkommen freuen. Anrechnungsfrei, wenn Sie nicht mehr als 46.060 Euro ab Beginn der Rente bis zum 31.12.2022 dazu verdienen. Sicher keine schlechte Sache. Viertens, das ist wirklich die, sagen wir mal, bekannteste Entlastung. Die Energiepreispauschale für rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner kommt. Diese soll bis zum 15.12.2022 an viele gesetzliche Rentner gezahlt werden. Dabei können sich Rentner sogar auf eine doppelte Energiepreispauschale zweimal 300 Euro freuen, wenn sie noch im Dezember 2022 neben der Rente einen Job oder meinetwegen auch einen Minijob aufnehmen und so können sie sich neben der Energiepreispauschale für Rentner auch noch die Energiepreispauschale für Erwerbstätige sichern. Und last but not least fünftens, der Dezember Abschlag für Gas muss nicht gezahlt werden. Millionen Rentner mit Gasanschluss im Haus oder in gemieteten Wohnungen müssen für Dezember 2022 keinen entsprechenden Abschlag an ihren Versorger zahlen. Dieser wird vom Staat übernommen. Diese Regelung hat die Bundesregierung getroffen, um auch Rentnerinnen und Rentner wegen den hohen Energiekosten zu entlasten. Es gibt sicher noch weitere Entlastungsmöglichkeiten, die ich hätte hier aufführen können. Ich habe aber nur aus meiner Sicht, aus unserer Sicht die fünf wichtigsten Änderungen, Entlastungen erfasst, die viele Rentnerinnen und Rentner im Dezember 2022 begünstigen werden und auch finanziell entlasten werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Du kannst mir gerne noch mit der